Ich bin der Hansa Wolfgang, der neue Pächter vom Tirolerhof in Dölsach. Also machen wir einen rosa gebratenen Hirschrücken mit Rotkraut und Schupfnudeln. Es bietet sich natürlich in Dölsach an, einen Hirschrücken zu machen. Das ist nämlich unten vom Weingartner Hannes, der hat unten ein Gehege. Da habe ich ihn auch gefragt, ob ich da von ihm Fleisch kriege, hat er gleich gebracht. Und da bin ich beim Marinelli gewesen, beim Kreisler und habe mir gedacht, ich kaufe da mal ein, was ich heutzutage brauche zum Kochen. Da würde ich sagen, dann starten wir. Ich habe jetzt die ganzen Sachen für das Rotkraut hergerichtet, aber ich habe gestern schon das Rotkraut eingeschnitten, dass ich es über Nacht sägen kann. Ich habe es da mit Rotwein, Orangensaft, Äpfel, Salz und Pfeffer gewürzt. Und wenn einer Tee daheim hat, dann hat er vielleicht sowas daheim. Da habe ich die Zimtstangen, einige dann, und die Nelken. Das kann man dann eines, wenn man schon schaut, dann die Nelken drin und findet sie nicht mehr. Zuerst einmal in Zwiebel schälen. Würfelig schneiden. Den Zwiebel am Braten, so goldgelb. Das lösen wir dann mit dem Sud vom Rotkraut ab, mit Zucker dazu. Und gibt das Rotkraut hinein und dünscht uns, bis das Kraut weich wird. Und ganz wichtig eben, als erstes immer das Rotkraut auftreten. Da während kann man die Kartoffeln machen. Schauen wir mal, wie weit die Kartoffeln sind. Oh, die sind jetzt fertig. Jetzt gehen wir her und tun die Kartoffeln schälen. Dann presst man die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse. Jetzt gibt man das griffige Mehl dazu. Dann ein bisschen Gräs. Ich tue immer gerne ein bisschen Kartoffelstärke dazu. Drei Butterflocken dazu. Und dann tun wir es ein bisschen Salzen. Noch eine Nota dazu. Das Ganze vermengt man jetzt an zu einem Tag. Jetzt stürze ich den Kartoffelteig aus und knete ihn noch einmal durch. Jetzt haben wir da eine Rolle gemacht. Schau, ich schneide da so kleine Tickel runter. Jetzt hole ich mal meine Tochter. Die Theresa zeigt euch das, dass es einfach ganz kinderleicht ist, wenn man so Kartoffelnudeln macht. So, werden wir sie kochen. Das Wasser brauchen wir dann für die Kartoffelnudeln. Das tun wir ein bisschen salzen. Dann lassen wir sie ganz leicht zirgen. Währenddessen richten wir den Hirschrücken her. Wir tun das einmal salzen. Dann ein bisschen pfeffern. Hinten noch einmal das Gleiche. Das stellen wir jetzt einmal kurz auf die Seite. Theresa, kannst du mir die Karotten schälen. Jetzt tun wir ein bisschen Sellerie dazu. Für die Sauce, da brauchen wir eben Sellerie, Karotten und Zwiebel. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Jetzt haben wir die Kartoffelnudeln, die wir ziehen gelassen haben. Die tun wir jetzt aus. Die braten wir auf die Klan. Als nächstes braten wir jetzt den Hirschrücken an. Da werden wir das Okrelle auf 200 Grad erhitzen. Das sieht aus. Und dazu gebe ich jetzt das Wurzelgemäße. Das tun wir noch ein bisschen Tomatenmark dazu, wegen der Farbe. So, dann gieße ich das mit einem Rotwein auf. Zoll zum Pfeffer. Eine Wacholderbeere dazu und Glabeerplattel. Dann geh her und gieße es mit einem halben Liter Wasser auf. Obseien die eingeweichten Steinpilze dazu tun. Ein bisschen eine Breiselbeere in die Sauce dazu. Ein bisschen eindicken mit meinen Zähnen. Jetzt tun wir den Hirschrücken. Wir tun jetzt noch einmal so rein. Ungefähr zwölf Minuten. Was ich auch noch gerne tue, ist gerade einen kleinen Schluck Sahne dazu. Ein paar Breiselbeeren ins Rotkraut. Da habe ich auch ein bisschen meine Zähne dazu. Halt mal ein bisschen nebenbei das Rotkraut beobachten. So. Wow, schaut das Hammer aus. Ich hoffe, das macht ihr jetzt einmal. Und guten Appetit.